Ja! Duut! Herzlich willkommen! Heute segeln die Bremer auf dem Rostocker Schiff in die nächste Runde. Ganz genau. Team-Einstellung. Ups, falsches. Spiel-Einstellung. Eine Minute. Warum muss man das eigentlich immer wieder einstellen? Weil ich keine Ahnung habe. Weiß einer, ob man das speichern kann? Ja, muss man vielleicht davor das einstellen in dem Hauptmenü, weißt du? Aber ich hätte es nicht gemacht. Winter. So, letzten drei Ergebnisse. 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Sieg Frankfurt. 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 Warum haben wir nicht mehr Torwart? Hier, nimm das. Ich bin bei der Fert. So, der FB-Pokal. Erste Runde. Ist die zweite Runde, ne? Das ist immer wieder. Erst oder zweite Runde jetzt? Gute Frage. Müsste unser erstes Spiel sein. Boah. Ich habe noch versucht, sofort abzulegen. Also, abzuziehen, besser gesagt. Nicht abzulegen. Abgeziehen. Ich habe ihn wieder gesehen. Boah, die sind dann echt Unterzahl. Und zu Glück spielen die das nicht richtig aus. Da sehe ich schwarz. Nein, ey. Er macht es immer wieder. Schieß ihn doch einfach weg. Einfach nur wegballern die Kille. Die Kille. Kille weg. Das war geplant. Vor allem die Kille. Er macht es immer wieder. Das klappt irgendwie bei uns auch. Flanken gehen nicht, ne? Das geht bei allen anderen Spielern, die ich auf der ganzen Welt sehe. Jeder macht diese verdammten billigen Tore mit den Flanken rein. Aber wir kriegen keine Flanken. Irgendwie, dass man die angenommen bekommt irgendwie. Keine Ahnung. Abseits wahrscheinlich. Warum steht er nicht oben rum? So, extra noch. Oben rum, ja. Oben rum? Wie oben rum? Rum? Hat er einer rumgesaugt? Ich habe die Ruf. Er macht es immer blöd. Schieß ihn doch einfach nur weg. Schieß ihn doch einfach nur weg. Ich wollte auch nicht in ihn reinlaufen. Ich habe noch oben gelenkt. Aber weil er dann... Das ist natürlich der Unterschied zu mir, weil ich will es ja. Du willst ihn ja an. Du willst ihn ja kurz spielen. Du willst ihn ja nur kurz spielen, Mann. Die beiden laufen sich am Ball vorbei, ey. Was ist da los? Ich kriege den Ball nicht weg, ey. Leck mich. Und was macht er da oben? Er licht sich da erstmal hin. Ey, ich habe echt hundertmal diesen blöden Knopf gedrückt und der macht nichts. Mit der Leistung auch schon zehnmal voll durchgedrückt. Mann, ist das ein heftiger Schuss. Dafür hast du komplett durchgeglaubt. Ich habe echt... Ah, du hast dich gerade nach hinten gedreht, ne? Ja! Da licht er sich hin, ey. Die Griechen sind so assi hier, finde ich. Das gefällt mir bei PS besser. Die rutschen richtig. Das ist nämlich auch... Drei Stunden hat er gebraucht, um über das ganze Feld zu rutschen. Hand. Hast du ausgestellt, oder? Ich weiß es nicht. Alter, was für eine Weile. Hand Gottes. Ich bin ja was an. Joooooooh! Bist! Bist! Mann, 22 Minuten sind oben. Ich hasse solche Spiele. Jetzt schieß doch mal, was will ihr denn da? Picknick halten, oder was? Die Leute müssen sich erst sortieren. In Rostock brauchen wir doch so lange. Ist hier nicht unser... Der dicke Muchti? Ist er nicht aus Rostock? Der dicke Muchti. Muchti ist, glaube ich, auch aus Rostock, ja. Votet für Muchti. Aber ich glaube, die Folge ist dann schon... Erst dann raus, wenn... Das hier alles schon vorbei ist. Hast du gesehen, dass hier alle Werbung für sich machen, so? Auf der Seite? Mhm. Ah, schade. Ach. Klappt nicht, ne? Ja, den Nachball, den kriegen die nicht. Wenn der so komisch hochkommt... Ah, ich dachte, der... Wechsel zu dir. So. Sehr gut. Den Konto eingeleitet hier mit der Silhouette. Unglaublich. Das war gar nicht absichtlich. Alter, Schwede! Da geht auch den Fall rein, ey. Ich glaub es nicht. Oh, leo, leo. Das muss ich aus jeder Perspektive sehen, echt. Er ist nur ein Cheat. Man sieht es aber leider nicht. Das gibt es ja. Kann man da nicht weiter zurückspulen oder so? Nee, ähm... Ey, der Pause, der Abwehr da gerade sah aus wie... Das war dieser Alvaro, oder? Ja. Der sah aus wie... Oh, wie Ronaldinho, ey. Oh, Mann. Meine Güte, ey. Eindeutig hoch. Das war ein ganz normales Football-Tapling. Welcher? Boah! Ja. Ich wollte oben. Ich sag einfach, oben links. Mitte, Winkel 35 Grad, Nord, Ost, Süd, West. Gladbach-Wolfsburg. 1 zu 1. Schön gemacht, Ludel. Oh, ja. Schön gemacht. Ja, der kommt noch. Boah, schön gemacht. Ich hab gedrückt. Er wollte ihn nicht kämpfen. Mongu. Mongu. Was für ein hammerlanger Pass. Also, kann man nicht absehen, dass der noch ankommen sollte. Oh, Braun? Dortmund gegen Braun schwankt, oder? Dortmund gegen Braun. Dortmund gegen das braune Puck. Das Nazi-Regime ist wieder am Laufen. Dortmund gegen Braun. Game gegen Braun ist auch länger, oder? Da haben wir die Unterhose. Hey, hau dir mal in die Schnauze an den Penner. Die Unterhose ist komplett. Game gegen Braun. Weil ich vorne, Gabe, ne? Braun nicht immer hin. Oh, ich will den Ball doch einwerfen. Hallo. Ne. Den kriege ich schnell. Komm her, du. Na tschüss. Ey, diese Flanken, das ist alles so. Hab ich doch, hab ich doch. Das geht mir echt auf den Keks. Man kann gar nicht zielen mit den Einwürfen so richtig. Wenn man Millimeter nach links und rechts so... Oh, was ist denn? Oh, was ist denn alles? Ah, leider geraucht. Geweckt es doch nicht, ey. Du beknackt. Schön erstmal die erste Halbzeit vereiern. Oh, ey. Du kannst auch drücken, was du willst hier. Das dauert so ewig, bis diese Pässe rauskommen. Ja, wir müssen erstmal dein Ego durchtanken, ja? Mach das mal. So, hier wieder er. Was ist denn da los, bitte? Was war denn da oben? Ja, sicher, ey. Das war schon circa eine Dreiviertelstunde auf 45 Minuten. 1 zu 0, ey. Meine Güte. Lecko. Gibt's doch nicht. Können wir jetzt hier nicht aus dem Pokal fliegen. Obwohl, das wäre schon realistisch, ne? Vor allen Dingen gegen... Ja, doch, das wäre realistisch. Sie sind auch gegen Drittligisten. Na, du bist... Ich wusste nicht, wo ich da hinspielen sollte, weil keiner ist da noch im Laufgege... Also so ein bisschen rein. Ja, ich musste ja, sonst laufe ich ja abläut sein. Komm weg einfach mit der Pille! Nö, ich brauch die Pille. Ey, ich könnte echt langsam hier mal ein Tor gebrauchen. Und wenn's nur ein Ausgleichstor wäre jetzt hier. Kommt da nicht ran, ich glaub's nicht. Doch! Oh! Ja, und noch ein Foul von mir, ey. Hahaha. Gibt's nicht, oder? Also irgendwie gerade... Als würden wir mit durchgedrückten Sprintknopf versuchen, irgendwas zu machen. Ähm... 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 La la la... Oh le... 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 Der war aber knapp. Und Ecke, oder? Ja. Die Ecken sind auch richtig gut bei uns. Immer ist der Gegner dran, ne? Und er... Äh... Das ist echt so zum Kotzen irgendwie. Einfach brauchen wir das Spiel denn noch? Also es... Wir spielen gegen Dortmund 80 Millionen zu 1. Oder so. Viel zu 2. Die machen uns richtig frisch hier, du. Hansa Rostow. Ich fände echt gleich aggressiv. Das geht mir richtig auf den Senkel. Und er macht immer mehr nach vorne. Oh... 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 64 Minuten, 1 zu 1. Er wurde so weggedrückt. Ich dachte schon wieder, er läuft mit dem Ball in den Tor. Ja. Piiiik. So, Gammel. Aber ich finde, die sind am effektivsten, wenn die so flach kommen. Da kann er nichts machen. Da kann sie nichts machen. So, damit sind wir wieder drin im Spiel. Und da kam das 2-2. So. Jetzt kriegen wir auch wieder die Färze auf unserer Seite. Ja, Mann. Wir spielen ja auswärts, deswegen hört man ja eigentlich nicht so. Aber Freiburg gegen Kopos. 2-0. Und lassen wir noch in der regulären Zeit hier das Ding machen. Ja, 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 jetzt mal Zeitspiel haben wir. Obwohl Zeitspiel hier für uns ist, ne? Ich wollte den oben haben. Ja. Sonst kurz, lass mich mal kurz passend machen. Komm, stehe ich nochmal mit gut. Ich möchte da gerade mit beiden Backen wieder ins Gesicht des Torwart, äh, des Schiedsrichters springen. Jo, jetzt hast du, mach Raum da, mach Raum. Geh ran. Verdammt. Das war eine schöne Rutschgrätsche, oder? Ja. Oh, 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 oh. Er hätte nie den ersten Mal seinen eigenen Mann umgehalten. Alles noch klar, alles noch klar. Wollte ich nichts machen. Nichts ist klar und der Schiedsrichter sagt doch nichts. Hier, frisst das, du Bauer. Heun weg. Gib ihm hier Kopfnüsse. Boah, weil er mich hier umrennt. Ne, weil er hier nochmal eine Karte verteilen will. Was? Wofür? Gelb-Rot gleich. Hier, guckst du an. Zwei ich. Oh, das war aber auch gelbwürdig. Muss man da ganz klar sagen. Wenn sowas nicht, also das ist schon dunkelgelb. Ja. Kirschgrün. So brutal ist Faul. So brutal ist Faul. So, wie kann man annehmen? Das hab ich mich auch schon gefragt. Ich hab's gerade probiert. Ja, ich konnte nirgendswohin. Ich wurde total öppen. Ja, hat er sich geholt. Ja, hat er sich geholt. Boah, Alter. Ey, dieser behinderte Schiedsrichter. Der sagt nie was bei uns. Ich krieg keinen Mann da. Die tun schon gleich den Finger weh, weil ich die ganze Zeit alle Kneppe durchdrücke. Oh, nein. Gut, dass er den einsperiert. Jetzt wird uns hier richtig schwer gegen das Haus. Der hat die ersten Krämpfe. Das gibt's echt nicht, oder? Dortmund war echt nicht schwieriger. Und Konter eingeleitet. Und da legt er sich hier nochmal gleich weiter eingeleitet. Und da geht's los. Und da geht's weiter. Ja, alle Griechen. Weg, dann. Jawoll. Das war richtig knapp. Mann. Jo. Man kann kein Verspiel. Nee, es ist ja gegen ihn. Gegner. Und die schönst Schick. für den anderen die Beine zu kurz, bei PS geht das die Beine man kann nur gegen den Ball laufen ja mach rum, mach rum, mach rum ich zieh ihn wieder unten hier diese behinderten Kackflanken der hintere war so richtig gut frei der den richtig reinkliffen kann aber es geht kein Pass darauf wo man ihn hinhaben will ja ich wusste nicht was er ja guck mal was macht er denn da oben? geh die an die Eier da hat der Schiedsrichter nichts ja, reguläre Spielzeit oben ey, ich hasse diesen Spallo Schiedsrichter ach man man, 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 man ja wie war es, er macht es immer wieder aber ich hab dir mit gerechnet, wir haben mich da hingestellt tschüss wie war es, er macht es immer wieder ne, das mach ich ja nie komm, setz dich mal oh hier, pass auf er ist schneller als alle zusammen pass auf, Flanke drinnen echt, da hab ich gerechnet mhh die sind alle Pöner wegklöckschen oh man, ey, wir hatten doch den Ball ich geh mir, ey, das geh mir wohl auf den Senkelball wie soll mit deinem plötzlichen Wutausbruch, ey die sollen mir einfach nicht auf den Sack gehen wir hatten den Ball so, jetzt mit einem Mann weniger hier das werde ich nie lernen hier damit es nochmal ein bisschen fairer ist für die damit jeder von uns einmal den Ball so gegeben hat wer braucht denn auch einen Mann mehr? wer braucht das schon? so, jetzt aber, er kommt Jungs, wir spielen hier gegen den ganzen Rostock ey, die müssen jetzt 20 zu 0 wegschießen eigentlich nach der Mama 1 das haben sie sich auch gegen Kim wieder iiiiih, ja man kann den nicht behaupten irgendwie, ne? man kann den nicht behaupten irgendwie, ne? man kann den nicht behaupten, ne? man kann den nicht behaupten, ne? ich werde es einfach nicht können wer hat wer hat denn hat keine Anspielstation wirklich oh ne du da rutscht er am forsten vorbei müssen wechseln wir haben wir auch nie drauf der brauche pause man ja kommt noch raus da haben wir ein rosie und dann in der verteidigung prödel würde ich mal sagen oder broski reinbringen broski oder prödel wir haben ja einen verteidiger weniger für naldo ist er auch der ist schon weg geht nicht schade wen haben wir denn noch in ach hier so karte ist ja so und aufgeben so letzte halbe minute für die erste halbzeit warum soll ich gewinnen warum sollten wir hier gewinnen also ich sehe keinen anlass dazu ich wollte passen aber man kommt dann an torwart nicht mehr vorbei das habe ich jedes mal wenn ich den billig reinpassen will und früher früher irgendwie kann und dann will ich schießen und drück dreieck nach hinten moment das tor ist leer was hatte trete gesagt zum tor zurück von hinten aufbau der war nicht drin ich hab's euch von hinten aufbauen ich fall hier gleich auf dem flichtbügel naja was soll ich der stuhl löst sich auf naja solange er nicht stinkt so ich will ja nicht ins elfenmeter schießen kommen das kann ich nicht mit dir ja das ist ganz einfach hier haben wir das mal gesehen ich weiß ja jetzt wie es geht du kannst ja auch den knopf noch anmachen geschehen schade der hinverteidiger ist so stark kann man machen muss man nicht jetzt besonders wo wir eh nicht mehr gewinnen wollen das ist echt ich bin das einfach gewohnt bei ps da kannst du dann mach es einfach nicht man macht was anderes mann gegen hansa raus da fliehen wir aus dem drecks pokal raus geht auch echt gar nichts kommen hier noch mal schönes 3 zu 1 nachlegen der schiedsrichter ist eh schon auf der gegnerischen seite so ja drin wieder warum geht das denn nicht immer so dann machst du es einfach nicht immer so trotzdem den anderen hocker da gleich die antwort jetzt kommt schon man gleich noch mal moment sie brauchen nur einen spieler um das tor zu machen noch ein paar minuten natürlich direkte flanke auf den gegner ich wollte auch nicht ihn anspielen wollte ihn nach aber das ist ja alles blödsinn da unten der holter schon ja du pussi krämpfe eine minute hey was sind denn das für pässe mann ey mich nervt dieses spiel schön 4 zu 1 so vielleicht letzter angriff so du musst je doller du schilf desto größer wird der kreis wo er hinschießt kann man denn sehen ja du kannst ihn einschalten wenn das wir spielen ja eh gegen kompeter ist eh egal und ähm springen tust du einfach nur mit dem rechten stick tue ich das so tust du machen tun ja was solls so ich bin schütze auch noch nein mit deinem schussknopf in der mitte die kürze in dünnen drückst du leichter schießt da also nicht lange drücken und dann hast du die zeit ein bisschen nach links rechts zu drücken drück mal hier irgendwie musst du den schussknopf da oder den anderen knopf den anderen knopf das bin ich die ganze zeit ich bin auch rot habe ich nicht mit dem kopf gegen pfosten oder was war alles so viel geräusch das teil wandert so nein nein ja dann kann er nicht die hand hochheben ne kann er nicht ja den linken stick drücken nimmst ne ich wollte mit dem rechten lenken aber naja 2 zu 2 was ist denn das mit hallo naja sicher noch die falsche seite aber wie sie hält ja nichts gar nichts so den haue ich jetzt klinik abgewichst in die mittel mein kontroller ja das ist jetzt entscheidend nein ich kann es auch nicht schweini schweini läuft an und raus sind wir aus dem bugger mein kontroller vibriert man der droge ist die groß ich dachte schon du drückst dich die ganze zeit durch so aber auch knapp oder fast getunnelt marien marien die fahren nach marien was für eine dramatik haben wir auch schon mal eine elfmeter schießen verloren und wir feiern den sieg als die champions liege haben wir heute schon mal jemals eine elfmeter schießen verloren weil ich glaube nicht würde diese elfmeterkönige wir sind echt irgendwie der king es war schon schön das zweite war echt unnötig rosenberg ist man was für ein krimi gibt nicht mal richtig oder ausgewechselt der beste mann 56,9 spieler gesperrt nach was mal du wurde während der letzten spiel für 33 pokal spiele ja rote karte ist direkt rot ist drei spiele was dank für die pause das war angenehm dass ich keine 90 minuten gespielt habe spacko naja immerhin nächste ich bin momentan ich bin momentan ich brauche ich kann echt nicht mehr trainer warum bin ich nicht in der startaufstellung ich kann echt nicht mehr warum nicht vielleicht sollen wir den spitzen namen geben spacki zu meine folge ist eh schon 30 minuten lang und wir seine zweite persönlichkeit sagt lass mich spielen wie naldo ist ist auch für die liga gesperrt ja klar das überträgt sie ich glaube das ist noch nicht aktualisiert oder nächste partie mein team managen der ist für alles gesperrt die wollen naldo einfach nicht dabei haben nur weil er schwarz ist oder ist er vielleicht gelb ne er hat eine rote ne ach keine ahnung ist mir auch egal tschüss oder ist noch mal pokal spiel dambo oh man ey so hey ich kann nicht mehr schnaute ja ah ja interessant ok ich glaube das war's ich denke unsere spiele sind fertig genug wir machen einfach jetzt nächstes mal weiter es wir sind zu gast in oh das wird ein schwieriges spiel wir sind in mainz ja gucken wir mal was wir da gegen mainz ausrichten können wir werden sehen bis demnächst es ist wir sind wir sind Vielen Dank.